Also da kann ich auch wirklich nur sagen, nee Leute, da läuft echt gravierend was falsch. Dann müsst ihr wirklich mal, wenn euch das alles auf den Sack geht, dann erlaubt den Leuten irgendwie Gesetzentwürfe per Volksentscheid im Deutschen Bundestag zur Abstimmung zu stellen. Dann haben die nämlich auch ein Instrument, wo sie irgendwie Unterschriften versammeln können. Da müssen sie dann keine Blockaden machen oder irgendwelche anderen Sachen. Und ihr seht, ich komme ins Quatschen. Aber mich regt das wirklich so massiv auf, irgendwie immer nur mit den Keulen zu kommen. Und das sind auch wirklich richtig große Keulen. Und damit sozusagen allem zu schaden. Wenn du die Grundrechte und die Freiheitsrechte von einem Teil unserer Gesellschaft beschneidest, dann beschneidest du sie ja auch für alle.